Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin euer Doomsday. Willkommen zu einer weiteren Folge von Gears Tactics. Wir sind letztens bei der Nebenmission stehen geblieben. Ich habe meine Leute ausgerüstet und wir wollen uns jetzt an der nächsten Hauptmission versuchen. Die Akt 1, Kapitel 5 ist auf der Spur. Genau, da waren wir stehen geblieben und da werden wir jetzt einfach mal gucken, wie es weitergeht. Bin gespannt, let's go. Ähm, das Team. Boah, ja, ist eine gute Frage. Ja, aber ich nehme mal das Team mit. Let's go. Akt 1, Kapitel 5. Okay, der Mammoth ist repariert. Ein Deal ist ein Deal. Dann gehen wir mal zum Verpackungsbezirk. Dort wimmelt es immer von Ukons Schlägern. Wenn man wissen will, was er vorhat, ist das der erste Ort, an dem man nachsieht. Okay, let's go. Das Lagerhaus da vorne. Dort habe ich Ukon vor einer Woche gesehen. Mit irgendwelcher Scheiße beschäftigt. Dann lass uns mal an diese Tür klopfen. Genau, sehe ich auch so. Gehen wir mal langsam vor. Man sieht ja noch leider nicht die Gegner, aber da ist schon mal eine Kiste. Das ist schon mal schön. Da ist noch eine. Also eine im Haus und eine davor. Gut zu wissen. Geh du da hin nochmal. Du holst die Kiste. Jetzt kommen bestimmt die Gegner, wa? Kommt doch, Maden! Macht, was ihr immer macht. Locust gesichtet. Feuer frei! Du hast Ukon also gesehen? Bist du näher an ihn rangekommen? Wenn ich das hätte, wäre ein Kopf kürzer. Das verspreche ich dir. Ah, ich habe gestartet noch eine Reihe. Aber besser als Kack heim zu spüren. Werfe Granate! Und niedergemacht! Gut, du kannst den bloß sogar treffen. Ah, 10%? Nee. Das lassen wir mal. Das heißt, du gehst mal dahin. Machst mal Overwatch. Alles im Blick. Und du? Speer meldet sich. Das ist auch gut. Hier kannst du die linke Pflanze beteiligen. Gehst du hier hin? Hier. Und du? Gehst du mal bitte ins Gebäude? Dahin. Machst mal Overwatch in die Richtung. Wir haben hier Deko. Ich höre zu. Gehst da hin. Bin gleich da. Und machst... Hm. Schaust ist ein Erd. Overwatch in die Richtung. Ich halte sie auf. Gut. Bleib jetzt standhaft. Ich sehe sie. Oh, wie konnte ich mir das denken, dass da welche kommen? Wir sind dran! Einmal bitte aufheben. Aufheben. Breche auf. Gehört uns. Geil. Machst nochmal Overwatch. Ich höre, wie das ein Darkhammer kommt. Schaust. Scanne jetzt. Bereit. Du. Okay. Du. Machst auch mal Overwatch. So. Scanne jetzt. Da die aber ziemlich weit gehen können, würde ich die gerne nochmal kommen lassen. Ich gebe Feuerschutz. Ohne Vorbehalt. Das hat schon mal gut funktioniert. Dann nimm mal... Was war cool? War Kamera drin. Genau. Und los geht's. Da ist... Hab was gefunden. Schaffenexperte hier. Du... Gehst mal... Hm. Da sind noch ein paar Gegner. Können die so weit gehen? Ich glaube nicht. Ich hoffe es zumindest. Verflucht! Das Van-Wrack ist mir im Weg. Schaltet die Locust aus, damit wir es bewegen können. Ah ja. Kein Stress. Bin dran. Vorschläge? Du. Gehst da. In Bewegung. Also. Muss ich mal nachher. Lade nach. Gut. Dann warst du es. Kommst auf, Mard. Zeit, den Pomaden zu schreddern. Ja. Genau das können wir mal versuchen. Aber ihn hier bitte. Na, ihn trifft er nicht. Mal Hochleistungsschuss, ha? Hoffentlich trifft er. So muss das sein. So ist schön. Ah, okay. Das funktioniert nicht. Wir gehen mal hier hin. So. Bin dran. Warte auf Befehle. Jaja, machen wir keinen Stress. Du gehst jetzt mal. Ich nehme Position ein. Würdest du treffen? 24? 24? 10? Nee. Dann. Mach lieber mal Overwatch. Den dran. Ich höre zu. Du. Gehst mal. Da hin. Du versuchst mal, ihn zu treffen. Mit 76? Na komm. So muss. Ah, schön. Hab einen! Ehrlich. So, dich habe ich auch noch. Oh, ja. Hm. Ah, dann gehen wir mal hier hin. Falls der andere zu nahe kommt. Bin dran. Bereit machen! Einfach fertig! Ah. Okay. Das ist nicht gedacht. Zeigen wir denen mal, was wir drauf haben. Ist mein Visier verstellt? Munition wird knapp. Ernsthaft. Munition ist drin. Warte auf Befehle. 4% das sind du. Immer noch 10. Das ist schlecht. Dann. Nehme Position ein. Beseitige alte Gegner in dem Bereich. Okay. An mir kommt niemand vorbei. Du hast eine prozentige Chance von 69. Könnte reichen. Ich versuch's. Warte mal. Nachladen. Präzisionsschuss. Versuchen wir mal das. Ey. Na. Hau rein. Geht das nicht. Dann machst du halt nur meinen Schuss. Schade. Dann. Ne. Da steht's mit so offen. Hm. Dann mach aber Wortsch. Ich gebe Feuerschutz. Ja. Und du. Mit der Schrubfende wirst du keine große Chance haben. Deswegen. Schick ich dich einfach mal. Dann. Bestätigt. Jo. Spenden. Ich habe noch neun Züge. Führe klar und deutlich. Ah. Auf dem Weg. Boah. Alleine muss ich lieben. Gut, dass sie die Handbremse nicht angezogen haben. Los. Das Lagerhaus ist da vorn. Ich hab vielleicht schon ne V-Züge zu viel gebraucht. Bin ganz ohr. Schon dabei. Späher meldet sich. Bereit. An mir kommt niemand vorbei. Achso. Da kommt sie. Oh. Das ist natürlich nicht so geil. Scharfschützen drohen. Auf großer Entfernung fertig. Ich kann deine Einheit festsetzen. Da ist ein Scharfschütze im Spiel. Schaltet ihn schnell aus oder er nagelt uns fest. Das ist nicht so geil. An die Arbeit. Die wollen es aber wissen jetzt hier. Okay. Ist alles so ungeil. Wirk, gebe uns Deckung. 10 Prozent. Boah, ja komm. Hinten Bewegung. Lieferung gesichert. Und dann gehst du mal hier hin. Ich mach's mal in die Gasse hier. Aber da versucht ja auch jemand durchzumachen. Überwache die Umgebung. Und du. Komm ich hier links auch rum. Ah, ist am Weg aber zu weit. Warte mal. Man kann hier oben. Hm. Brecher auf. Bin dran. Achtung. Locust voraus. Überraschung, Arschlo. Befestigt. Lasst uns in ein paar Ärsche treten. Das ist so gut. Ah, kommt. Ja. Das ist gefährlich. Was? Und das jetzt? Pass auf, wo du hin zählst. Dein Ernst, Kollege. Der lebt immer noch. Was gibt's? Nee, das war's. Mein Fehler. Muss nachladen. Den Job ist es, den auszuschauen. Mach. Hey! Ich bin dein Freund! Das ist ja ein Weg, oder was? So, das ist ja Psy. Äh. Kommen wir da hin. Mach mal Ende mit ihm. Schau, ich bin dein Freund. Warte mal, das ist ja. Nein, ich komme nicht weit genug. Ah, da. Na, du warst doch eben tot gewesen. Da. Machen wir wenigstens den Scharfschützengewerden weg. Okay, das ferns doch. Okay. Der Scharfschützer hat mich im Visier. Bewege ich mich, kassier ich einen Treffer. Echt? Das ist schon geil. Bereit. Schlaf mal nach. Gade nach. 67. Dann. Verflucht. Was mache ich mit dir jetzt? Will ich ihn treffen? Nee. Aber dein eigener Mann steht sogar im Weg. Und dann. Okay, so. Nee, jetzt. Der Schuss ist einfach daneben gesetzt. Muss mal wieder auf den Schießstand. Ja, muss der. Erzähl deinen Freunden von mir, Arschloch. So, und du. Du kannst ihn ja eigentlich mal finishen, ne? Röcke vor auf Position. Salute, bade! Bin ganz oben. Du bist ja auch noch da. Erwischt! Du kannst ihn drauf, wenn ich noch. Machen mal. Machen mal. Ich bin dran. Dann kann man den Sniper auch benutzen. Okay. Guter Kill. 10%. 10%. Hm. Der hat, glaube ich, nicht treffen. Daneben! Feuer bereit! Sanitäter steht bereit. Du darfst auch noch mal. Geht's mal da rein. Höre klar und deutlich. Schussfeld festgelegt. Sechs, wie genug. Bedrohung eliminiert. Ja? Du darfst nicht. Ah. Ja. Schreiben wir mal den aus. Spiel mal damit, Arschloch! Du oder ich, Arschloch! Bin unterwegs. So, was er kann, kann ich schon lange. Geht klar. 17%? Ne, das ist ja nicht geil. Ah, komm. Nur noch einen Schuss! Quatsch. Das Nachladen. Gut, du darfst noch mal. Oh. Bleibe in Alarmbereitschaft. An mir kommt niemand vorbei. Du darfst auch noch mal. Geh mal. Dein. Gibt's hier eigentlich noch eine Kiste? Nee, das ist ja keiner. Und dann? 18% bringt alles nix. Überwache die Umgebung! Da kommen die Maden! Direkt reingelaufen! Aber nicht getroffen! Machen wir ernst! Äh, Doppelschuss. Hätte eh keinen großen. 46. Glaube, wir sind sicher. Ihr Faschisten könnt kämpfen, das muss ich euch lassen. Danke. Ist das erste, was wir in der Faschistenschule lernen. Findest du es lustig, was für scheiße Dekor treibt? Wie sie die Welt abfackelt. Nein, aber komm wegen unserer Uniform nicht auf falsche Gedanken. In Ordnung. Oh, das wird Ucon nicht gefallen. Es gibt keinen Grund noch zu bleiben. Gehen wir zurück. Boah, so äftel. Jetzt hab ich nur noch vier Züge. Yeah. Das ist hart. Bis dahin zu kommen. Kein Problem. Hätte ich nicht zu weit spielaufen dürfen. Komm mal hart, ey. Aha. Halt immer vorher ein bisschen, ne? Ist natürlich kacke. Nein, hier. So viele. BTF. Oh, jetzt ne Nater, nein. Ich hoffe, jemand hat den Nater nach. Das war reine, raffinierte Emulsion. Mit diesen Tanks könnte man Raketen ins All schießen. Oder? Ein wahnsinns Monstrum-Antrag. Geil. Entzückend. Das dürfte lustig werden. Ich bin hier. Hm. Jetzt müssen wir natürlich auf die Worte. Wirk, gebe uns Deckung. Das wird sonst nämlich nix. Und jetzt? Äh. Kein Problem. Da hin. Müssen die jetzt alle weghauen, wenn die angelaufen kommen. Ja. Du bist ja noch da hinten. Jo, dann sind die jetzt. Ah, kommt sie. Ab euch. Hier kommt der Tod. Alles in Sack und Tüten. Kriegen wir es hinter uns. Ohne Vorbehalt. Ah, der besiegt. Wenn man auch schnell irgendwie da hinkommt. Aha. In zwei Zügen. Sprich mit mir. Hörer klar und deutlich. Oh. Allemann. Vereilung. Ich hoffe, dass es reicht, wenn einer drin ist. Achtung! Da kommen sie! Komm, Kack, Hanna. Alle tot. Hab mich schon drauf gefreut. Reicht das, wenn einer drin ist? Oh. 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 Ne, scheinbar müssen alle rein. Vorwärts. Hey. Oh, das könnte genau mit dem letzten Zug. Also dann. Oder ist das gerade mein letzter? Ich bin bereit. Oh, jetzt ja. Das wird klasse. Tja, Ukon haben wir zwar nicht gefunden, aber wir haben ihm einen Denkzettel hinterlassen. Das war knapp. Es hat Wochen gedauert, haben die Emulsion zu sammeln. Ich muss zugeben, es hat sich gut angefühlt, es diesem Arschloch zu zeigen, anstatt wegzurennen. Einen Ort gibt es noch, wo er sein könnte. Ach so, das ist ein optionales Ziel gewesen. Hätte ich innerhalb von 50 Zügen gemacht, hätte ich noch eine Kiste gekriegt, aber auch noch eine Sternbar. Ja gut, dann war es jetzt gar nicht so schlimm. Schade, habe ich wohl ein Zug zu viel gebracht. Äh, ein bisschen observiert. 30 kurze Schaden, diese Fähigkeit patrouillieren. Und immerhin. 1, 2, 3 blaue Kisten. Ist doch was. Kann man machen. 3 Beförderung. Sie, hat sie nicht die Granate geworfen? Ja, anscheinend war er es. Mit 13 Kills. Okay. Du hast deinen Rücksichtsmarker erhalten. Yay. Noch brauche ich sie nicht. Ähm. Ja, komm ich. Oder? Machen wir es in der nächsten Folge? Ja, komm ich mache es jetzt noch. Die Kisten auf. Wie gesagt. Äh, diese Einheit hat 5% Chancen auf kritische Treffer. Okay. Nächste. Ich würde diese Einheit schlattern das Ziel zurück. Das ist okay. Und hier haben wir nochmal plus 7% kritische Trefferchance. Alles klar. Können wir noch schnell ausrüsten. Dann brauchen wir das in der nächsten Mission nicht machen. Äh. Macht nur kritische Trefferchance hoch. Ja, okay. So, du. Hast du gleich mehrere Upgrades. Das wäre doof. Diese Einheit erhält 25% Chancen für kritische Treffer. Dieser Effekt endet beim kritischen Schutz. Ja, ja. Kann man machen. So. Was hast du? Mehr Schaden. Mehr Schaden ist immer gut. Gut. Dann haben wir jetzt noch Fähigkeitspunkte. Äh. Wenn diese Einheit ein Gegner mit ihrer Fähigkeit kennenzulernen retötet, erhält sie eine Aktion. Der erste Schuss dieser Einheit auf einem Ziel reduziert, dessen Ausweichen für die aktuellen Zukunft um 10%. Diese Einheit ein Gegner tötet, wird die Abklingzeit Fähigkeit Kettensägerangriff um 1 verzögert. Das brauche ich alles nicht. Die Heilungseffekte vom Kommando wird um 7% erhöht. Abklingzeit der Fähigkeit Stimkanal, diese Einheit ist um 2... Oh ja. Da er sowieso immer damit rumrennt. Alle Verbündeten werden um 100 OP gehalten. Na, alles klar. Klingt doch gut. Also hier ist so der Heiler, he? Ja, steht ja da. Kampfsanitäter. Finde ich gut. So, noch jemand gestiegen? Äh, ja hier, na klar. Zack. Das hat eine Ehe für einen Baum. Artillerie, Verteidiger, Sprengstoffexperte, Spezialist. Plus 5 Max Stapel für verankert. Wir machen ihn mal zum Verteidiger mit. Oh, er hält sich eine Aktion. Das ist geil. Okay. Dann haben wir noch sie hier. Die Sniperin. Was hatten sie? Meuchemörder, Pircher, Jäger und Präzisionsschütze. Na dann Präzisionsschütze. Alles klar. Das und... Zack. 75% bei vollen LP. Ist ja immer geil. Oh. Gut. Alle gelevelt. Und... Oh, wir haben jetzt sogar wieder eine neue Nebenmission. Das sind nur Nebenmissionen. Wir müssen eine Nebenmission machen, um die nächste Hauptstory freizuschalten. Oh, hier gibt es sogar was Lillandes. Was ist Sanitäter verboten? Was? Frech. So, die Mission in höchstens 15 Zügen. Verwendet die Fähigkeit nach der höchstens 5 Max. Aha. Gut. Aber wie wir die nächste Nebenmission machen, oder ob wir beide machen, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Von Gears Tactics. Ich würde mich freuen, wenn ihr das jetzt mal wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Euer Doomsday bei DGV. Danke für's fünf. Vielen Dank.